Aha! Wie kriegen wir den jetzt gleich noch? So. Wisst ich auch vergessen, wie kriegt man den Kleinen noch? So. So. Ne, so nicht. So auch nicht. Ach. Halt, 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 verkehrt. Da müssen wir hin. Genau. Äh. Gute Zeit, Molleprikus. Wie war denn das? Wie hat man den denn klein gekriegt? Mit dem Henki? Ne, mit dem Henki war es glaube ich gar nicht mehr. Hm. Wie war denn das? So rum, so rum. Wind. Wache Barriere. Zauber. Ne, Zauber war es nicht. Schlaf. Fesselung. War das Schlaf gewesen? Ich kann es nur erst probieren, ob das Schlaf war. Oder eins der anderen. Denn ich weiß es wirklich nicht mehr. Äh. Was soll man noch? Zerstörung. Keine Elemente. Donner. Ja, Donner haben wir hier drauf. So. Wo bist du? Da bist du. Äh. Da macht lieber. So. Na komm. So. Da scheint es artig das Richtige zu sein. Ne. Das ist nicht das Richtige. Hier. Wollen wir mit dem Backpauler? Aber. Hm. So. Wirklich. Ach. Meine. Äh. Enki. Oh. Brie. Wind. Könnte es doch nicht sein. Ne. Wind ist es nicht. Wind ist es nicht. Wind ist es nicht. Q-Sides. Ja. B-B-Q-Sides. Wie mehr was kann man das? Huch. Äh. Jetzt war ich verkehrt. Äh. Ach. Ja. B-B-Q-Sides. Ein fehlhafter und liebenswerter Hund. Der abbezaubert Menschen mit seinem Samen. Und äh. Lebt manchmal gemütlich als Haushunde unter ihnen. Wir nutzen violette Geschüssigkeit. Die haben wir nicht. Okay. Äh. Q-Sides. Wie kann ich dich besiegen? Ich hab dich schon mal besiegt. Ich weiß es. Aber ich weiß nicht mehr mit wem. Die haben wir aus. Ja. Jetzt haben wir es. Okay. Mit Fesselung. Aha. Darauf muss man erstmal kommen. Okay. Ich wechsle hier nochmal. Und zwar brauche ich. Moment. Ich muss mal die Sortierung ändern. Und zwar brauche ich. Nehme ich hier. Ach. Da mal. Das war da mal die Paurikus. Achso. Nehme ich den Peck Paola. Wach mal hier. Denklaube war das noch. Das ist schon so lange her. Ewig her. Ich hätte glaube ich mal in der Folge nochmal gucken sollen. So. Hier muss es sein. Ich muss jetzt nur noch hier warten. Das sind die Peck Paolas. Geht. Die tun mir nix. So. Lehmstropfen. War vielleicht verkehrt, dass ich den jetzt geholt habe. aber.... die... doch die Greifen rein. Na komm, wo bist du? Wir haben ja den schon mal in der normalen Version bekämpft. Aber ja, als Dings wüsste ich nicht. Das ist blöd, dass die angreifen. Da kann ich ja nicht so schön warten oder was weiß ich. Du spürst eine Präsenz. Da ist er ja auch. Ich spüre eine Präsenz, aber bis jetzt ist er noch nicht da. Und das wird ein harter Kampf, merke ich gerade. Da die drei ja nämlich ja auch noch da sind. Und ich muss den Chef da erst zuerst besiegen. Und dann kann ich nämlich erst den Diener besiegen. Mensch, wo ist er? Komm raus, ja! Blöde Gorn. Kann ja nicht ewig hier rumlaufen. Die Zuschauer wollen wir nicht sehen, also komm raus. Kann ich auch noch nicht zerstören? Weil das sind die Lebenspunkte. Ach, das kann ich doch nicht sagen. Ah, da ist er. Wo ist er? Da hinten ist er. So. Ah. 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 Ja. Ah. Wuch. Bakke hat. Äh, hallo? Wo ist noch mal der Parikus jetzt? Hallo? Wo ist noch mal der Parikus? Da ist er. Ah! Wer greift denn jetzt ein? Ach, die auch noch. Das ist ja ein blöder Kumpf. Ja, toll, danke. So. Ah! Ah, kommt nicht. Ah, danke. Äh. Ich glaube, der ist weg. Ich komme ja nicht weiter jetzt momentan. Ich seh die jetzt nämlich auch gar nicht. Ne, da ist er. Ja, kämpf doch mal weiter. Ich muss mal weg, ja. Ah, da. Denn ich bin gleich down. Nehmt's Tropfen klein. Das nützt mir auch nicht viel. Nein! So. Äh. So, dennoch. Ach. Ja, guck, 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 guck. Ah, Mist. Ah, Mist. Ah, er greift mich denn ja an. Mist. Jetzt bin ich down. Malte war okay, der meint, dass das Ding da war. Ah, das gibt's doch gar nicht. Äh. Das war nicht so gut gewesen. Okay. Guck mal, da war der Rondalon-Quest. Kann doch nicht sein. Rondalon-Quest sind verfügbar. Geht's ja auf der Post. Es gibt ja nur noch die Unterwelt. Versteh ich nicht. Hey. Okay, nochmal. Das können sie. So, Unterwelt. Ach so, äh, ja. Das ist ja Übungsplatz. Das gibt es insgesamt, äh, sechs. Was? Aber kann ich die, äh, äh, Quest nur einnehmen, wenn ich, äh, 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 kann ich die Quest nur einnehmen, wenn ich ja keine, äh, nicht gerade in Dings bin. Das kann ja eigentlich auch nichts sein. so was ich aber noch ausprobieren wollte ist folgendes ob man in die alten gebiete noch mal rein können das wäre ja auch mal interessant zu erfahren da war tatsächlich man kann also in die alten gebiete auch noch ein reisen mir fehlt na ja alysium gut kann man die mal ansprechen hier fertig stehen auf deiner seite frag ruhig wenn du etwas wissen möchtest okay so könnte man ja schon alles wenn man ja weiter so immer diese lauter bildschirme okay die sind ja eigentlich kein problem mehr für uns es sei denn die übten jahre durch die gegend wie so eine floh so und gleich zwei jahre mal okay dann geht es weiter ja und demnächst ja noch mal sehen so und dich ja mal ja als nächstes weg ja jetzt war was doch noch einer weißt du mein letzter wer schlafen ganz geschlafen geben dafür auch nicht besser gewesen so so ja ja noch da hat auch nicht ab johann ein schlauch und schulder ist unser back wahnsinn 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 so da geht unsere reise ich weiß gar nicht wohin eigentlich doch eigentlich noch gar kein plan heute eigentlich wollte ich doch die quest die war teuer letzten sollten wollte ich ja weitermachen oder gut ein ruhiger abschnitt wieder ach ja das ist ja ja vorne so hat man ja die abgestürzte daumen gefunden hier am anfang die klippe runtergefallen ist so ach das wort her war gest ach jetzt weiß ich freue mich auch ach ich kriege den baugäst jetzt so mal hier 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 meine bukabu apu pri was ist klar ob keils ist oder ob prima mal sehen einer von den beiden wasser auf jeden fall ne bukabu was nicht als keils shit ach da macht ja nur ein ding ach das war ja auch morgen aber was auch mal mal